Wer ist eigentlich im AMC? Haben wir noch ein wenig Sprich? Ja! Mein Name ist Olli. Ich benutze eine Honda, weil es kein Ding von Ossar gibt. Alles, was grün ist, muss weg. Muss weg. Muss weg. Pflanzenterminator. Muss weg. Pflanzenterminator. Blödmann, das habe ich ja alles nicht gewusst. Kann ich nicht, weil ich bin ein ganz lieber Mensch. Blödmann, das habe ich ja alles nicht gewusst. Flanzt, der ist eine große Herausforderung. Das war's nicht immer.